Nein, das musste sein. Es gab keine andere Wahl. Ich meine, als die SA vor Otto Franks Haus vorbeimarschierte mit dem Lied »Wenn es Judenblut vom Messer spritzt, dann geht es nochmal so gut«, da hat Otto gewusst, jetzt müssen wir gehen. Und Edith war natürlich ganz seiner Meinung, das ist ganz klar.